Jetzt habe ich eine kleine Massenvernichtung von den Funkeböllern, sowohl D- als auch Superböller 2. Anfangen werden wir mit insgesamt vier Superböller 2- und zwei D-Böller aufschlagen und danach wird kontinuierlich gezündet. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zündung. Ich wünsche euch die Zündung. Ich wünsche euch die Zündung. Ja und so sieht das danach aus, nach ein paar Funkeböller alles zugemüllt, alles voller Papier. So muss es sein.